hallo und herzlich willkommen bei menschmesch herzlich willkommen auch im neuen jahr ich hoffe ihr seid alle gut in 2017 gestartet und ich habe mir für das neue jahr vorgenommen ungefähr wöchentlich hier auf meinem kanal ein tutorial zu veröffentlichen und zwar soll es sich dabei um quicktips handeln also um einfache schnelle tipps und die videos sollen eben auch nicht besonders lange dauern sondern einfach nur kurz zeigen was man mit einer bestimmten funktion erreichen kann es bleibt trotzdem dabei dass ich meine anderen serien fortsetzen werde in denen ich etwas umfangreicher und längere tutorials erstelle aber mit diesem format möchte ich vielleicht die nutzer erreichen die gar nicht ein komplettes projekt sich ansehen wollen sondern einfach nur schnell etwas herausfinden möchten ich möchte euch heute meine meist genutzten tastaturkürzel vorstellen die ich so in affinity designer benutze ich arbeite sehr viel mit der tastatur weil ich damit einfach schneller die werkzeuge wechseln kann als wenn ich da immer mit der maus drauf tippen muss und ja ein grafiktablett nutze ich nur sehr selten so fangen wir mal mit der oberfläche an dazu benutze ich sehr oft das tastaturkürzel command er damit kann man nämlich die lineale ein beziehungsweise ausblenden wenn wir schon bei den linealen sind wisst ihr vielleicht wie man mit den linealen hilfslinien erzeugen kann die hilfslinien zieht man einfach aus dem lineal bereich von oben nach unten um eine horizontale hilfslinie zu bekommen oder von links nach rechts von links aus dem lineal um eine vertikale hilfslinie zu bekommen diese hilfslinien kann man dann wieder mit dem tastaturkürzel wenn man die wenn man jetzt die ansicht stört kann man die mit dem tastaturkürzel command shift und komma ein beziehungsweise ausblenden so hat man dann auch eine möglichst freie sicht außerdem benutze ich zum ausrichten von objekten häufig das raster und das raster kann man ein beziehungsweise ausblenden über das tastaturkürzel command shift und hochkomma also auf der hashtag oder raute taste ich blende das mal ein und mit dem gleichen tastenkürzel könnt ihr es wieder ausblenden die hilfslinien blende ich jetzt auch mal wieder aus command shift und die hilfslinien sind wieder ausgeblendet das lineal nehme ich auch mal wieder weg manchmal bevorzuge ich einfach eine möglichst große freie fläche wenn ich noch eine größere freie fläche haben möchte kann ich auch meine arbeitsbereiche ausstellen das macht man mit der tab taste und damit kann ich dann meine seitenleisten ausblenden wenn man mit der tab taste das zweite mal drauf geht wird eine etwaige ausgeblendete seitenleiste automatisch wieder eingeblendet die kann man aber über das menü ansicht studio hier unten das linke studio wieder ausblenden jetzt seht ihr schon dass meine zeichenfläche nicht vollständig sichtbar ist dazu muss ich sie oft hin und her bewegen das kann ich machen indem ich mit dem scrollrad auf der maus und der gedrückten shift taste horizontal meine zeichenfläche bewege ohne gedrückte shift taste könnt ihr nach oben und nach unten scrollen oder aber ihr verwendet die tastatur und zwar die leertaste um das handwerkzeug zu bekommen und damit könnt ihr es beliebig mit der maus so positionieren wie ihr es gerne hättet wenn ihr ganz schnell in eine ansicht möchtet und das benutze ich ich weiß nicht wie oft am tag mit command 0 kann ich immer auf meine gesamte arbeit blicken dabei müsst ihr beachten wenn ihr mit mehreren artboards arbeitet dass ihr dann immer alle artboards seht weil ihr dann quasi auf die sogenannte passende ansicht geht oder passendes zoomen interessant beim zoomen sind noch einzelne objekte stellt euch vor ihr habt ein großes projekt und ich möchte jetzt nur hier an diesem quadrat arbeiten dann könnt ihr mit command shift und 0 da richtig weit rein zoomen mit command 0 gehe ich wieder in die voll ansicht ja dann verwende ich natürlich ganz häufig die tasten das tastenkürzel v für das verschieben werkzeug jetzt ist es schon ausgewählt und ich verwende häufig auch das a für das ankerpunkt beziehungsweise knotenpunkt werkzeug das macht jetzt hier noch nicht wirklich sinn weil diese form immer noch eine vorgegebene form ist wenn ich das in kurven umwandelt ich gehe mal zurück auf das verschieben werkzeug jetzt wenn wandele ich mal gerade das objekt um in kurven und wenn ich jetzt das a werkzeug nehme sehe ich dass ihr mit dem knotenpunkt werkzeug jetzt die ansicht habt für die knotenpunkte und ihr könnt hier beliebig eure knotenpunkte bearbeiten mit command z kann man natürlich wie in jedem anderen programm die letzte aktion rückgängig machen und hier kann man auch ganz viele aktionen rückgängig machen die alle auch hier unten im protokoll angezeigt werden ein weiteres interessantes tastenkürzel ist die taste x damit wechsel ich zwischen der kontur und der füllfarbe hin und her achtet einfach mal bei meinen farbfeldern da oben drauf oder in der werkzeugpalette damit kann ich ganz schnell hin und her wechseln zu guter letzt verwende ich noch sehr häufig die nummern tasten auf meiner alphanumerischen tastatur ich habe keinen nummernblock und zwar kann man mit den nummern tasten sehr schnell wenn man zum beispiel durch objekte hindurch schauen möchte die deckkraft verändern und zwar funktioniert es einfach so mit einer neuen hat man 90 prozent mit 8 80 70 60 50 40 und so weiter und mit null geht es wieder auf 100 prozent der kraft wenn ich also mit objekten arbeite die übereinander liegen und ich muss mal inhalte der darunter liegenden kontur oder form erkennen dann stelle ich mir oft schnell die der kraft runter zum beispiel auf 50 prozent ich schiebe es mal rüber dann seht ihr es auch hier und dann kann ich die andere form auch besser sehen und mit null geht es wieder zu 100 prozent der kraft ganz häufig benutze ich das tastenkürzel und ihr kennt das schon aus meinen anderen tutorials das katastaturkürzel command j anstatt command c command v für kopieren und einfügen benutze ich command j zum duplizieren und ihr habt ihr in der ebenen palette gesehen jetzt habe ich ganz schnell ein duplikat von dem mittleren quadrat erstellt und damit möchte ich mich für heute von euch verabschieden ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe dass ich meine neue rubrik quicktipps in zukunft gefallen wird schickt mir ideen oder wünsche die ihr habt einfach unten in die kommentare und ich versuche dazu ein quicktipp zu erstellen vielen dank fürs zuschauen alles gute noch mal für 2017 bleibt mir treu und wenn euch meine videos gefallen dann gebt ihm einen daumen hoch bis zum nächsten mal bei mensch mesh